Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind immer noch in der Höhle. Und es ist schon sauspätig gerade, zu dem Aufwand zu spielen. Oh, das war nicht mehr so gut, he? Trinken. So. Klettern. Zack. Los. Die Lampe an. Kannibalen haben wir noch. Noch einer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh, blablabla. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Haha. Oh, oh, oh. No, 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 no. Der kommt durch. Noch mal einen Sicherheitsschuss. Alter, das war knapp. Der kam durch diesmal. Uh. Aber der hat uns doch ein bisschen erwischt. Denn... Ja. Okay. Dann los, lass los da. Lass los. Noch einer hier. Lampen wieder an. Du wollt ja auch was sehen. Also wir haben hier wieder so eine Tür. Die war auf jeden Fall richtig gut gesichert diesmal. Oh, und hier haben wir es alle mal durchgeguckt. Aha. Schau sie an. Ah, die Hülle ist so mega groß. Mit dieser ganzen Tauchaktion. Geht's auch weiter. Äh, nicht weiter, meine ich. Gott sei Dank. So. Traumig kann ich das aufzumachen. Oh, der hat eine zweite VS-Kassette. Facette, die mit Nebenwirkungen beschriftet ist. Hab ich die jemals gesehen? Ach, und das ist jetzt irgendwie ein Campcord oder sowas, ne? Na egal. Snack rein. Mal einen Schluck trinken. Jetzt hab ich Köpfe hingelegt, aber naja. Das. Das hört sich nicht gut an. Klingt hier nach mehreren. Äh, nicht hin. Alter. 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 Alter Schwede. Die haben mich ganz schön niedergeboxt. Oh. Dann brauchen wir mal wieder ein, zwei Knochenrüstung. Tut mir leid. Wenn ich das mal zwischendurch machen muss. Aber es ist halt wichtig. Daher kriegen wir nämlich einen auf den Sack und dann war's das. Eine doppelte Tür diesmal. Alter. Scheint sehr wichtig zu sein, was da drin ist. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe nicht so was wie ein riesen Endgegner-Mutanten. Also da hab ich echt keinen Nerv für. so. So. Ausrüsten. So. Tragen. Nur davon. reserve rüstung 1 ist fertig und dann würde ich sagen ja den fisch machen wir auch nochmal gleich wenn ich es hier sehe wo ich meinen fisch mal zupacken kann so kann ich jetzt mal fisch essen danke so 5 knochen rüstungen 4 mutanten haut also uns geht es wieder gut was rüstung angeht ich habe aber keine lust durch die tür zu gehen also ehrlich habe ich keine lust ich habe keine lust ich will da nicht durch ich dachte die höhle ist irgendwann ist der fisch auch nicht gut oder was er mag diesen ekel fisch nicht verwundet krank geistige gesundheit nimmt ab 72 tage überlebt aber sonst okay wenn es ein endgegner ist kombiniert patronen haben wir 25 kombinieren für die die rostlaks d bitte keine mutante Oh, hier geht's wieder runter, rauf, links und rechts. Bade aus. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Ich lebe noch. War ein bisschen glitschig. Aber hier unten gibt's anscheinend nichts. Okay, ich bin mal kurz hier hoch. Entschuldigung, wenn ich gar nicht ins Mikro ruf kommen. Ah, die Nase juckt gerade. Ich baue hier noch mal ein Lagerfeuer. Machen wir das noch mal an. Und dann gehe ich hier auch noch mal runter. Der Boden sieht aber komisch aus. Nur falls es hier ein Bild gibt, eine Kassette, Camcorder oder was auch immer. Nö, auch hier gibt es irgendwie mal kurz hoch zum orientieren. Die To-Do-Liste aktualisiert, wo... Okay, also ich sage, hier gibt es nichts. Im Wasser. Irgendwas hat sich in der To-Do-Liste geändert. Mir wird gerade scheiße kalt. Haben kein Essen mehr. Hopp, schnell hoch, hoch, hoch. Oh, oh, hoch, hoch, hoch. Und es wird kalt. Okay. Okay. Dann benutzen wir das noch mal. Ablegen. Ja. Das kann ich irgendwie nicht essen. Warum kann ich... Ach, verdorben. Scheiße. Nein, ich habe es gegessen. Och, Mann, war doch verdorben. Scheiße, ey. Ja, ich weiß, es schmeckt nicht geil. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gesundheit, das habe ich immer noch. Naja, ist halt so. Gut, dann gehen wir hier mal den... ...weg weiter. Es kommt mir so alles gerade vor wie Endgegner. Oder so. Wir haben die Figur komplett. War eigentlich auch gar nicht mein Ziel. Aber hey. Oder vielleicht ist der Weg in diesen Untergrund. Was hat sich in der To-Do-Liste überhaupt geändert? Finde einen Weg in den Kessel. Das war es nicht. Hm. Es wurde irgendwas wahrscheinlich hier weggestrichen. Hm. Keine Ahnung. Das ist doch sehr zentral. Oder sind wir raus? Ist hell. Okay. Wieder eine Tür. Aber... Wir sind unten im Krater. Wir haben es geschafft. Jetzt. Ja. Finde einen Weg in den Kessel. Herauf. Herauf. Zu klettern. Herauf. Zu klettern. Das ist nicht durchstrichend. Hm. Ich hätte mal schwimmen können. Ich habe hier einen Helikopter gesehen. Aber... Hm. Irgendwie fehlte ja der Helikopter. Ich nehme mich hier hoch. Hm. Ja. Sehr gut sogar. Oh doch. Hier ist ein Helikopter. Das war doch gerade ein... Mutantenvieh. Und da geht es noch tiefer oder was? Hm. Hm. Ich versuch's einfach mal. Nee. Hm. Dann nicht. Also der Helikopter ist auf jeden Fall moderner. Machete. Ist das das Einzige? Kein Funkgerät? Nichts? Nur verfickte Machete. Scheiße. Wie komme ich hier wieder raus? Oh nein. Nein. Oh, Forrest. Alter, willst du mich verarschen? Oh nee. Ich will nicht laden. Ich will nicht laden. Das war so ein weiter Weg. Mit zaubern und klettern und kämpfen und... Alter, das gibt's doch nicht. Oh, ich bin rausgegletscht. Oh Gott sei Dank. Oh, der ist tot. Der ist wirklich tot. Ich hab's überprüft. Wieso ist der Helikopter hier unten abgestürzt? Aber nicht wegen unserer SOS. Das war ich den Helikopter schon vor unserer SOS gesehen. Hm. Die Höhe müsste reichen. Dann locke ich den noch mit einem anderen Pfeil an. Nee. Nee. Ach, dann nicht. Vielleicht sogar das vielleicht hier. Hallo. Kommst du mal. Ich muss den noch mal treffen. Merkst du's noch? Uhu. Das hat er gemerkt. Oh. Bist du hässlich, Alter. Bist du hässlich. Alter. Er kommt hier hoch. Ja, aber nicht mehr, hä? Aber du willst fackeln. Du willst fackeln, ne? Was? Was ist an dem? Ja, warte ab. Warte ab. Komm mal höher, komm mal höher, komm mal höher. Na, brennt's noch? Hehe. Also in den Fackels bist du mir echt sympathisch. Oh, jetzt ist er tot. Mal nachschießen. Okay. Schneller. Fettsack. Meine Rüstung hat mich ein, zwei Mal niedergeworfen, oder? Wieso? Ich glaube, die Knochen sind zu hellgrau. Aber da ist noch was. Und meine Stimme lässt langsam nach. Ich habe hier auch nichts zu trinken. Ich muss auch zugeben, die letzten Folgen habe ich alle kurz hintereinander gemacht. Ah, ich zocke jetzt hier bestimmt schon ein paar Stunden in den Forest. Scheiße. Äh, falscher Pfeil. Drüber geschossen? Die Pfeile sind teuer. Hehehehe. Oh, da ist er ja schon. Du kleine Bratwurst. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Grell Hähnchen, ha ha. Oh, da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance, ob die Rüstung hält. und trotzdem mal Medizin Rüstung hält noch oh ne jo geht's weiter bitte um Entschuldigung, ich muss mal kurz an die Tür so Entschuldigung, ich bin wieder da es geht weiter warte mal, wir haben einen Monitor-Cocktail ausrüsten anzünden Spaß haben der kommt ein bisschen höher äh, der kommt noch mehr höher der ist ja anzünden anzünden hey du Schnucki da nicht hoch warum gehst du nicht kaputt ja, brennen ich darf bloß nicht runterrutschen ah, schauen sie sich wo gegenseitig hoffentlich daneben daneben geschossen daneben geschossen oh ne, doch daneben so, Monitor-Cocktail ausrüsten anzünden anzünden Spaß haben so, da wir genug davon haben von dem Mist brauchen wir da nachher runter oh, die Sonne geht unter keine Lust hier im Dunkeln zu kämpfen warum stirbst du nicht mal mit Anstand oh, nerviges Etwas so weg von meiner Leiche so kann man draufhacken sicher, sicher äh, was hier für Mutanten rumlaufen ist ja unglaublich so Hier hat auch ein Pfeil. Hier ist Wasser. Ja. Ein Knochen. Ich frage mich gerade nur, sind wir jetzt hier am Ende? Irgendwie? Gibt es hier noch was? Oder? Ich hätte jetzt gern ein Zelt. Also langsam kriege ich Hunger. Mir knorrt der Magen so langsam. Vom Kannibalenschlaften kriegt man echt Hunger. Ah, es regnet. Ich nehme. Ich verstehe echt den Sinn nicht, warum ich hier runterkommen soll. Also, ja. Hier liegt nichts Tolles. Nichts von meinem Sohn. Kisten kriege ich nicht kaputt. Und das war jetzt hier diese... Das war jetzt hier alles? Ey, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Also... Das war... Oh, nicht alles. Ich guck mal, ob wir noch hier tiefer schwimmen können. Äh... Ja, da gibt es noch Tee. Aber ich habe gerade festgestellt... Ich habe meinen Taucheranzug gar nicht an. Und ich kann den gerade nicht anziehen. Aber gucken wir noch mal. Ich glaube, hier war der Helikopter. Genau. Wir sind quasi da hinten runtergekommen. Da raus. Einmal hier rum. Alles gekillt. Alles erfolgreich gemacht. Okay. Das ist... Der Hintergrund ist Rasen. Cool. Obwohl wir gar nicht im Rasen sind. Ah, geil. Tragen. Runter. So. Okay. Wo kommen wir denn da hin? Zack. Warum hakt es? Noch eine Animation. Es geht noch tiefer. Das ist der Hammer. Ja, jetzt wird mir kalt. Ja, super. Hier sind wieder Bretter. Ging noch tiefer, oder? Kann ja nicht auf die Karte gucken. Keine Ausdauer mehr. Es wird kalt. Wie ist kalt? Kalt und hungrig. Oh, jetzt wird uns echt kalt. Oh, oh. Trommeln. Zieh den Scheiß doch mal aus, da. Setz da was hin. Hier ist kalt. Brö. Ich muss ja schon echt an meine Reserven gehen. Ich hab nicht mehr so viel zu futtern. Ich hätte echt noch mehr mitnehmen sollen. Oh, Bild. Ja, ist mein Sohn auch getaucht, oder was? Ich hoffe, hier gibt's echt ein Zelt. Mir knurrt echt der Magen. Ich hätte nicht so viel spielen sollen, die Stunden. Das sieht auch nach einem ordentlichen Tunnel aus. Gibt's hier? Was gibt's hier? Irgendwas gesammelt? Stock. Ah. Wollen wir kurz zurück. Kurz aufwärmen. Zack. Okay, aufgewärmt. Also hier hat man sich auch schon Mühe gemacht bei dem Gang hier. Ein Foto. Keycard. Irgendwo ein Hinweis, wo die Keycard liegt. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Ich versuch's einfach mal. Nee. Das ist aber einer. Ich dachte grad, das ist keiner. Hi. Okay. Hey. Bist du wirklich tot? Okay. Ich glaub dir. Küpfel, 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 Küpfel. Hm. Ich hab hier noch einen Zahn. Das sieht hier schon echt, äh... nicht so normal-höhlemäßig aus. Da hat sich jemand... Mühe gegeben. Geht's da weiter? Geht's da nicht mehr? Jetzt, wo wir tauchen können, könnte jede Pfizze irgendwas sein, wo man tauchen kann. Aber ich glaube, es ist nix. Okay. Okay. ne Kassette und... Wer hätte es das gedacht? Es geht noch tiefer. Meine Reserven gehen zur Neige. Hoffentlich gibt's hier noch mal Gammelfisch irgendwo. Und noch mal ein Zelt, weil... in echt hab ich auch langsam Hunger. Ich weiß gar nicht, wie Gronkh oder andere Let's Player das aushalten. Die stundenlang irgendwie streamen? Oder essen die vor der Kamera? Ist nur noch acht Stunden oder ein paar Stunden, kriegt man doch echt Hunger. Wobei Excel oder Tanzverbote, wie sie alle heißen, die, glaube ich, essen auch beim Streamen oder beim Let's Play. Ob das so da Gronkh und... schau... Lässt du das? Nicht an diesem Stuhl. Kratz... An deinem Kratzbäum. Madame. Hm? Ja, brr? Dann komm her. So, ja. Ja, ist ja gut. Hier hast du wieder Aufmerksamkeit. So, alles gut. Hm? Hm? Alles gut. So. Hinlegen, Katze. Ruhig sein. Die haben hier zu tun. Kann die Ballen schlachten. Ne? Hoffentlich ist das ein Zelt. Ein Zelt. Wo wir schön einen Break machen können. Aber hier sieht es auch wirklich so aus, als ob es hier noch niemand war, ne? Wir haben keine Leiche gefunden. Keinen Passagier bisher. Äh... Keine von diesen Christen. Keine Bergsteiger. Nichts. Auch kein Kannibale hier. Wird's wieder weiträumig. Schleif. Geht's hier weiter? Geht's nicht. Lass mir doch mal ma... Geht's doch ne Lämpe anmachen, Mensch. Ist das doof, wenn man... ...ohne Bogen... ...kein Licht hat's? Ne, gibt's nix drin, ne? Oh. Na, trinken ist auch nicht schlecht. Lägen wir uns mal gleich ein. Aber... Essen wäre ganz gut. Auf all den Ranz. Einfach den Mund halten. Danke. Ich könnte mal Kisten... ...was zu essen gebrauchen. Ja, Dynamit ist auch immer toll, aber... ...mir geht das Essen aus. Aber wir wollten ja mal Mutanten in die Luft jagen. Hier hätten wir die Gelegenheiten. Rettungsring. Uh. Oh. Ich hab grad echt überlegt, was das aus dem Wasser war. Was uns da angreift. Waren Kannibale. Das ist ein Boot. Das ist gut. Wo ein Boot ist, da kann auch wieder ein Zelt sein. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und da hinten ist echt ein Zelt. Hammer. Aber... Wie gesagt... ...die Höhle ist auch Hammer. Ey! Ich kann hier nicht kämpfen. Du kannst kämpfen. Das ist unfair. Na, und tot? Gut. Ist tot. Geht's hier weiter? Ja. Gut. Ähm. Ey, wir haben echt den unteren Krater endlich erreicht. Dass ich den mal irgendwie finde, kriege... ...hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Und ich hab damit auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm. Ja. Aber trotzdem. Ich speichere jetzt hier. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist... ...die brauchen was zu futtern. Weil, ähm... ...sonst haben wir echt keinen Spaß. Nächstes Mal. Wir haben fünf Snacks. Wenn ich kämpfen muss oder so... ...da kommen wir echt nicht weit. Und dann haben wir nichts. Wir haben ganz schön echt alles weggehauen. Eine Machete, eine Machete. Aber macht nicht so viel Schaden. Da ist der Speer auch noch besser. Na gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber mir knurrt jetzt echt der Magen. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, bestellt mir am besten mal eine Pizza. Oder irgendwas zu essen. Nein. War ein Spaß. Lasst lieber ein Abo da, ein Like oder ein Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.